Ja guck mal, erst mal sehen was Quelle hat. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Frage ist, gibt es sowas noch zu kaufen? Ich glaube, ich glaube eher nicht. Das ist vor 50 Jahren bei Quelle gekauft und jetzt bei der Schwiegermutter im Haus gefunden. Aber das macht das doch geil oder? Das ist ja richtig super. Ich bräuchte nur einen anderen Untersetzer. Ja, und an den Tisch hat es nicht hingepasst? Ne, das rutscht immer weg. Achso. Ja wie geil ist das denn, sag mal. Da hat sie, guck, da hat sie sich voll hier. Oh, da ist mein Weib. Ganz nah. Ja Wahnsinn, oder? Ich nenne das Wolle Aufrolldingens. Wie willst du das nennen, weißt du? Wolle Aufrolldingens heißt das jetzt. Jetzt guckt man ihn. Da denkt jetzt bestimmt irgendein.